Musik Ja, vor genau zehn Jahren, da habe ich der Bank den Rücken zugekehrt und habe mich entschieden, Jungunternehmerin zu werden. Zehn Jahre, da fragt man sich, ist das eigentlich eine lange oder eine kurze Zeit? Für Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche ist zehn Jahre eine Ewigkeit. Und dies ist auch eine Auszeichnung und steht für Qualität und Beständigkeit. Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Denn ohne Sie gäbe es uns als Unternehmen nicht. Ohne Sie wären wir Sänger ohne Publikum und ohne Einnahmen. Sie sind unser wichtigster Kritiker und aber auch Lobgeber. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft Ihre Erwartungen erfüllen können. Und jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen sehr vergnügliche Stunden und viele interessante Begegnungen heute Abend. Vielen Dank. Ich bin kein Schäfer und ich bin kein EU-Parlamentarier. Aber ich bin, würde ich sagen, ein Rufer in der Wüste geworden, schön langsam. Jemand, der versucht, Bewusstsein zu entwickeln, Bewusstsein zu transportieren, auf Zukunftsentwicklungen hinzuweisen, Menschen zu sensibilisieren und Menschen zu so etwas Unangenehmen wie Eigenverantwortung zu bewegen. Jemand, der versucht, Bewusstsein zu entwickeln,